Was macht ihr eigentlich übermorgen an Heiligabend? Heiligabend ist für mich ein ganz schwarzer Tag. Wie wäre das denn, wenn wir übermorgen gemeinsam feiern? Ach, nein. Du bespinnst du. Also alles hat seine Grenzen. Guck mal, wir sehen uns jeden Tag im Jahr. Muss doch nicht noch Heiligabend sein. Ach, also. Nee, 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 nee. Einen Tag im Jahr bleibt frei. Wir machen Jullklapp. Was denn? Nicht die Stange anfassen, Edi. Mensch, das ist doch alles verkeimt hier. Masern, Ebola, Vogelgrippe. Naja, und wie soll ich mich jetzt festhalten hier? Hatte keine Sorgen, ich habe immer meinen eigenen Stangen mit. Kick mal, auch in blau, ihre Lieblingsfarbe. Auf, feiern. Es werde nicht. Ah, ich meine Augen. Ah, manchmal träum ich so ja von meinem Weihnachtsbalkon. Hä? Was ist denn jetzt los? Geh rein, der explodiert. Au. 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 Na, kick. Ich bin schon. Was ist denn? Auf Feier. Das waren Sie schon erschrocken. Sie sind ja auch in der Marke. Wie viel Sägenes wurde ich? Guten Tag, Sie sprechen mit Biggie? Die John Collins aus Briz. Jutta Hartmann. Also ich bin völlig fertig. Ich bin am Ende. Du kannst... So kann ich nicht arbeiten! Nein! Habt ihr mal auf dem Kalender geguckt, was heute für ein Tag ist? Es ist Weihnachten, Heiligabend, Mensch, die Geburt des Herrn!